So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 23. Sitzvorte 2022, kurz nach halb 5. In diesem Video habe ich natürlich heute das Ergebnis mal ausgeblendet, dass man das nicht sofort am Anfang des Videos sehen kann, sondern im Nachhinein. Daher bitte ich euch schon mal jetzt den Daumen hoch zu machen, falls ihr wissen wollt, wie das Ergebnis war, wie der Trading Tag heute gelaufen ist. Macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare. Was habt ihr erwartet? Wie ist das heutige Ergebnis gewesen? Wie war es heute bei euch als Trader? Nachdem ihr das gemacht habt, kommen wir nun zum Tagesergebnis. Und zwar, wie ihr schon in meinem Chart sehen könnt, gab es hier die Bewegung, die Korrektur, hier dieser rote Pfahl, das war der Trading nicht getätigt, aber heute. Und zwar nicht allein, sondern tatsächlich, heute hat ja auch wiederum einer der Studenten mitgetradet, ja, und wir haben alle den selben Trade gemacht. Ja, soviel dazu. Ja, wie gesagt, hier war es auch Short Trade. Und ihr kennt das ja, das Prozedere schon, dass wir das genauso machen wie Paper Trading, ja. Und da guckt mal, Kerze für Kerze, wie hat sich der Markt entwickelt, was ist da eigentlich passiert? Der Einstieg ist erfolgt. Damit wir wissen ungefähr, wo das Ziel ist und wohin die Party geht, mache ich mal kurz noch, ja. So, da ist unser Risiko bis dahin, ja, hier ist unser Ziel. Was macht der Markt? Oh, sieht nicht gut aus. Oh, vielleicht doch geht es besser, ja. Ah, ein paar Euros. Oh, vielleicht doch nicht, ja, nein. Was ist eure Meinung, ja? Wie entwickelt sich sowas? Wie verhält man sich? Oh, hat man hier schon das Ziel erreicht oder noch nicht? Okay. Okay, das war eher knapp, ja. Das war richtig knapp. Und jetzt habt ihr das Ergebnis gesehen. Tatsächlich wurde hier mit diesem Trade ausgestoppt, ja. So ist es passiert. Kerze für Kerze, habe ich euch gerade gezeigt. Ja, wie das hier aussieht. Auf dem größeren Chart geht er leider auch unverändert, ja. Es hat nicht, oder beziehungsweise es hat nur sehr wenig gefehlt, um hier plus minus 0 reinzugehen. 1,3 Punkte brauche ich. 1,1 Punkte hat er gemacht, ja. Deswegen ist das ein Minus-Trade. Und jetzt natürlich, na, mache ich mal kurz die Blockade weg von meinem Superdom. Und dann können wir sehen, minus 300 Dollar. Ja, ist das Tagesergebnis. Somit ist das eigentlich schon gewesen, ja. Der heutige Tag, wie gesagt, es gab nicht viel zu tun. Es war tatsächlich die einzige Gelegenheit heute. In der Zeit, wo die Amerikaner eröffnet haben, oder beziehungsweise am amerikanischen P-Markt, ja. Wie gesagt, der einzige Trade. So sieht der Kurs aktuell aus, ja. Nicht vielsagend, ja. Und wie gesagt, nach 17 Uhr ist mein Tag zu Ende. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich viel Gewinn gemacht habe, gar keinen Gewinn habe, sondern Verlust gemacht habe. Sondern dann ist der Tag zu Ende. Ja, weil ich verfolge das Prinzip des konsistenten Tradings. Weil nur durch konsistentes Trading ist meiner Meinung nach möglich, vom Trading überhaupt zum Beruf zu machen oder generell davon zu leben. Ja, wenn ein Gewinn oder ein Verlust oder ein Trade nicht wiederholbar ist, ist es ein Zufall. Ist es Glück gewesen und somit nicht reproduzierbar. Ja, und tatsächlich als, wenn man, oder wenn du, sag ich mal, überlegst, Daytrader zu werden. Vom Daytrading Geld zu verdienen oder sogar hauptberuflicher Daytrader zu werden, ja. Dann ist die Regel Nummer 1, die du verstehen musst und verfolgen musst, ja. Du musst konsistent werden. Und mit konsistent meine ich nicht, dass du Tag für Tag, Trade für Trade immer nur gewinnst. Das meine ich nicht. Ich meine Konsistenz nach dem Ursache- und Wirkung-Prinzip. Wenn du die Trades, die du machst, nach Regeln ausführst und sie Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr wiederholst. Immer dieselbe Strategie ohne Abweichungen, weil du hast ja schon getestet, du weißt, wie ungefähr das Ergebnis für diese Strategie sein soll. Und wenn du schaffst, dich an die Strategie zu halten, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann weißt du auch, wie viel Geld du durch den Zinseszinseffekt verdienen kannst. Dazu übrigens mehr, ja, wie gesagt, zu diesem Thema kommt explizit ein neues Video von mir raus. Ich bin gerade dabei, das zu erstellen. Auch mit meiner neuen Webseite wird es quasi gelauncht. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich Ende dieser Woche, oder Anfang nächster Woche, die Homepage komplett fertig wird. Und dazu auch natürlich das Video, worüber ich ja rede, ja, wie du mit dem Daytrading tatsächlich deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Wie jeder damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ohne dass du großes Risiko eingehst. Ohne, dass du nicht wissend, ohne zu wissen, was du tun sollst, ja, in den Markt reingehst und dein Geld verbreitest. Sondern es gibt ein System dahinter, ja, es ist mehrmals überprüft worden, es wurde mehrmals bestätigt, nicht nur von mir, auch von meinen anderen Absolventen, und dass das, was ich hier tue, nicht nur bei mir funktioniert, sondern tatsächlich auch bei mehreren unabhängigen Leuten, ne. Weil, sag mal so, die Strategie an sich, so wie die Art und Weise, wie ich trade, das kann man austauschen. Aber die Prinzipien, die mit dem Trading verbunden sind, warum man profitabel sind, beziehungsweise, wenn jemand mit dem Trading Geld verdient, dann benutzt er unbedingt diese Prinzipien, weil ohne diese Prinzipien kannst du einfach kein Geld verdienen, ja. Was sind Prinzipien? Das sind Gesetze, sag ich mal, an der Börse, ja. Das sind so Gesetze, die immer Gültigkeit haben. Das heißt, wie gesagt, ein Trading Signal muss wiederholbar sein. Ja, es muss wiederholbar, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es muss leicht und wiederholbar sein. Genauso wie das Prinzip der Börse ist es auch, dass jeder Markt, egal ob Future, Goldmarkt, CFDs, egal welche Märkte, Aktien, Wertpapiere, ja, die bewegen sich immer in einem Trend, das heißt, sie bewegen sich immer in einer Bewegung, in einer Korrektur und in einer einschließenden Bewegung. Das ist zum Beispiel ein Prinzip, ja, worauf man aufbauen kann, weil jede Börse, jeder Markt, jede Bewegung quasi im Markt, ja, ob es rauf geht oder runter geht, ist immer nach demselben Muster. Bewegung, Korrektur und die einschließende Bewegung, ja. Und wenn man das begriffen hat, dann weiß man, wie man dauerhaft profitabel sein Geld an der Börse verdienen kann. In diesem Sinne, ja, sage ich dir nochmal, lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt was in die Kommentare, ja. Ob ihr es schon profitabel seid, ob ihr noch nicht profitabel seid und was noch viel wichtiger ist, Konsistenz. Habt ihr es begriffen oder noch nicht? Oder wollt ihr immer nochmal im Zufallstraining euer Ziel erreichen? Ja, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns morgen. Mach's gut, bye-bye. So, da bin ich wieder, ist mir aufgefallen, dass ich kurz das Ergebnis vergesst habe, zu zeigen. Vergessen habe, zu zeigen, ja, wie gesagt, 300 Dollar Minus ist der heutige Ergebnis, ja. 50, 52 Trades dieser Woche und somit bin jetzt mein Account gerade auf 19.603 beziehungsweise 24,76 Prozent runtergefallen. Jetzt eben Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviert die Glocke und wir sehen uns morgen im Video oben bei euch.